Musik 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 Ja, also wir sind gestern sehr gut und haben auch unsere ersten Trainingseinheiten jetzt schon absolviert Ja, das Wetter ist ein bisschen durchwachsen noch ein bisschen kalt, nicht friert aber zum Trainieren eigentlich perfekt und ja, echt schön hier, also Landschaft mega und Zimmer, Fernwohnung alles top Musik 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 Bis zum nächsten Mal.